Hallo liebe Kinder, ich bin Theodor und ich stand hier auf dem Fahrplatz von Titus Kirche. Bis schönstem Wetter. Aber schaut doch mal was die Weibke macht. Wiebke, was machst du denn da? Hallo Theodor, es regnet. Bei mir jedenfalls, ich liebe Regenwetter manchmal. Und wenn es keins gibt, dann mache ich mir welches. Und was ihr beim nächsten Regen machen könnt, das seht ihr auf unserer Homepage. Genau, auf www.tituskirche.ch